Derry, herzlich willkommen in Florida. Fangen wir doch direkt einfach mal an. Derry oder Lionel? Derry. Tennis Borussia oder Viktoria? Viktoria. Viktoria oder Hertha? Hertha. Hattrick und unentschieden oder Vorlage zum Sieg? Vorlage zum Sieg. Den DFB-Pokal mit Hertha gewinnen oder dein Debüt in der Nationalmannschaft feiern? Erst den DFB-Pokal gewinnen mit Hertha und dann mein Debüt in der Nationalmannschaft. Guter Plan. Bolzplatz oder Trainingsplatz? Trainingsplatz. Tunnel oder lieber den Doppelpass? Tunnel. Flügelflitzer oder Flankengott? Flügel, Flitze. Flügel oder Zentrum? Wo der Trainer mich braucht. Sehr gut. Titel ohne Einsatz oder Einsatz ohne Titel? Titel ohne Einsatz. NBA oder NFL? NBA. Und dann LeBron oder Michael Jordan? Michael Jordan. Club oder Couch? Inwiefern. Also lieber in den Club gehen oder auf der Couch chillen? So, lieber Couch. Videospiele oder Brettspiele? Videospiele. Tanzen oder singen? Tanzen. Kannst du was zeigen? Hast du ein paar Mus drauf? Vielleicht später. Okay. Essen gehen oder lieber selber kochen? Essen gehen. Serie oder Film? Serie. Hast du da eine spezielle Serie gerade, die du feierst? Gerade im Moment keine. Also meine Lieblingsserie ist Prison Break. Die kannst du empfehlen? Und The Last Dance. Sehr gut. Auch mit Michael Jordan. Sommer oder Winter? Sommer, definitiv. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Bei FIFA im Team of the Week sein oder das Tor des Monats in der Sportschau schießen? Tor des Monats in der Sportschau. Ronaldo oder Messi? Von beiden kann man sich definitiv eine Menge abschauen, aber ich würde sagen Messi. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, lieber in die Vergangenheit oder lieber in die Zukunft? Ich bin sehr glücklich im Moment, wo ich stehe. Von daher werden dann in die Zukunft. Achterbahn oder Minigolf? Lange nicht mehr Achterbahn gefahren. Minigolf schon letztes Mal gespielt, deswegen Minigolf. Minigolf, sehr gut. Und wenn du doch auch mal wieder Achterbahn fährst, da dann lieber hoch und schnell oder lieber kurvig und mit vielen Loopings? Hoch und schnell dann. Burger oder Pizza? Je nachdem, aber eher Burger. Meer oder Pool? Meer. Deinem Trainingslager, Einzelzimmer oder eine WG? Also ich bin im Doppelzimmer tatsächlich. Sehr gut. Aber ja, alleine ist nicht so langweilig. Mit wem bist du im Doppelzimmer? Mit Pascal. Sehr gut. Im Urlaub chillen oder alles erkunden? Ja, chillen. Sehr gut. Currywurst oder Döner? Döner. Kräuter oder Schaf? Kräuter.